Während des Pfingstfestes fand auch der traditionelle Nachwuchstag statt. Gespielt haben die U7, U8, U9 der Gruppe Südsee und das Meisterschaftsspiel der U12. Wir haben die jüngsten Talente besucht. Bei der U7 spielten die SBG Young Plus Großpetersdorf I, Großpetersdorf! SBG Young Plus Großpetersdorf II SV Oldendorf SBG Stegersbach-Oberdorf SV Hannasdorf Und als Gastgeber die SBG Geschrepenstein. Die Spielregeln sind einfach. Gespielt wird 10 Minuten lang auf 4 Tore. Wir zeigen Ihnen von jedem Verein ein Spiel. Beginnen wir mit dem Spiel SBG Young Plus Großpetersdorf I Großpetersdorf gegen SV Hannasdorf. Hannasdorf! Spielregeln! Das ist das erste Tor. Torschütze Anton. Spielregeln! Das war Stange. 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 Fabio. 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 Tor. 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 Das ist der Tor! Felix schoss das erste Tor. Tor und wieder war es Felix. Und noch ein Tor durch Felix. Tor und wieder war es Felix. Tor und wieder war es Felix. Tor und wieder war es Felix. Dieses Mal war es Leon. Tor und wieder war es Felix. Tor! Johann war so schnell und schoss auch ein Tor. Tor und wieder war es Felix. Und noch ein Tor durch Johann. Tor und wieder war es Felix. Tor und wieder war es Felix. Qual und wieder war es Felix. Schopen wir zu. Finn? Boah, wie der weiß, Johann. Baco, au droit. Und das nächste Tor, Felix Jakob. Felix. Und das nächste Tor. Weiter geht's. Theo und ihr Schuss aufs Tor. Super. Ein weiteres Tor durch Felix. Dieses Tor schoss Leon. Noch ein Tor durch Leon. Felix und das nächste Tor. Ich habe die Tor. Der Tor, der Tor, der Tor. Das ist nichts zu hören. Tor, Tor, Tor! Ich bin hier, ich bin hier. 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 Und auch Niklas schuft das nächste Tor. Und von Johann. Wiedentor durch Jakob. Dieses Tor schoss drücken. Auf das nächste Tor kommt von Johan. Und ein weiteres Tor von Johan. Und das ist das nächste Tor. Ein weiteres Tor durch Johan. Tor durch Finn. Tor durch Finn. Tor durch Finn. Tor durch Johan. Tor durch Finn. Und das ist das nächste Tor für Jakob. Das letzte Tor schoss Johan. Tor durch Finn. Beim nächsten Spiel spielen SV Oldendorf gegen die SBG Stegersbach Oberdorf. Stegersbach. Stegersbach. Jonas, du bist nicht der Erste. Jakob ist der Erste. Das erste Tor schoss Jakob. Super. Super Jakob. Jonas, du bist nicht der Erste. Und jetzt gehen wir drauf. Auseinander. Jakob, mach das nichts. Super Jakob. Super Jakob. Super Jonas. Jonas, Ball. Wo ist der Ball? Komm, komm, komm. Super. Super. Kleiner Mann. Jonas, komm, 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 komm. Komm, Jonas. Und weiter geht's. Und weiter, 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 weiter. Komm, Jonas. Gut. Ach, du Jonas. Gut. 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 Geht schon, Jonas? Komm, Jonas, komm. Und drauf, drauf, Jonas, drauf, Jonas. Jonas, drauf. Komm, jetzt Jakob. Jakob und Tor. Hey, Jonas, du bist doch der Erste. Jetzt auseinander. Und jetzt bist du, jetzt drauf. Hey, hinten bleib, Jonas. So, ein letztes Park und das Spiel sind hier auf Platz 1. Zwischen Lodendorf und Stegerspark, Obersdorf, Oberdorf. Jetzt, Jakob. Super move, der Kids. Die Kinder sollen sich da was drösten, Leute, es gibt vier Stunden, es gibt Fotos. Torino, super. 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 Jakob, Jakob, Oben, du trümelst da in Ruhe. Anschluss ist am Anfang dieses Wünschen. Sie gehören hier auf dem. Das war der Tribune, der hat den Platz. Jonas, Jonas. Schau, wo der Jakob ist. Schau. Nicht allein. Vereinbar. Drauf, Jonas. Ruf, drauf. Trau! 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 Machst du, Jonas? Machst du! Jakob auch so? Jakob! Jakob, Mann! Du bist der Erste! Dodo! Dodo! Du bist der Zweite! Geht's ja! Geht's drauf, Dodo! Dodo, hinten müssen wir noch! Super, Dodo! Machst du Dodo? Super! Steine gehen! Komm, Jakob! Jonas, wasatures Mann im Trocken? Auseinander, Jonas! Ich zeig's erst! Drauf, 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 drauf! Drauf bleiben, Jonas, drauf bleiben! Drauf bleiben, Jonas, Drauf bleiben! Zeig'm, ich weiß niemals in die falschen prove�� Anders Pascha, Pascha ist okay, ist okay, kein Problem. Dodo, auseinander ein bisschen. Jetzt drauf Dodo. Super Dodo, komm. Pascha Dodo, Pascha macht nichts. Pascha, Super, kein Problem. Wenn sie bin, lasst nicht. Mane! Komm, Kecha. Kom, komm, komm, komm! Jonas, drauf! Drauf! Super, Torina! Komm, drauf, Jonas! Jonas! Hey, schau, wo ist der Jakob? Wo ist der Jakob? Dunkelblau hat, dunkelblau. Dodo, du bist Stürmer, du bist vorne. Du bist im Mittelfeld. Draußen, Dodo, draussen. Dunkelblau, dunkelblau. Ja. Geht schon, Fabienne. Und jetzt kommen, Fabienne, komm. Komm, Fabienne. Geht schon, Fabienne? Viere, und wir gehen drauf, Fabienne. Super, Fabienne. Viere, wir haben. Wir haben. Fabienne, 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 und wir da weiter. Jetzt auch so machen. Ach ja, Dodo. Ach ja. Hahaha! Hey, zurück! Jakob, zurück! Zurück, Fabienne, zurück! Zurück, zurück, zurück! Und drauf gehen! Und wir gehen wieder drauf! Torina, rauf! Fisch! Jaaa! 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 Geh jetzt, Jakob! Geh! Geh, komm! Jakob, nicht so weit ausziehen! Mit Sinn Richtung Tor! Hände! Aufwärts! Bevor wir zur Siegerehrung kommen, bei dem jedes Kind eine Medaille und der Vereine eine Urkunde bekommt, zeigen wir Ihnen ein Spiel der U8. Nämlich der Gastgeber SBG Geschriebenstellen Dreh ich mich! gegen den Askö Rotenturm. Rotenturm! Jaaa! 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 Felix, gehen wir da! Jaaa! 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 Waa! Jaaa! Das ist das erste Tor! Das war's. Jetzt schon spürt es weiter! Felix! Andere Seite! Felix! Was machst du? Ivan! Ivan! Felix! Felix, zurück ein bisschen! Jetzt schlucken wir uns vor! Felix, Luca! Felix! 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 Da ist Lukas! Der ist Lukas! Der ist Lukas! Rüben, Rüben, Rüben. Jetzt, Felix. Jetzt, Felix. Felix, komm her. Jetzt, Felix. Der Luch drüber! Der Luch ist weg. Der Luch ist weg. Der Luch ist weg. Der Nummer 9. Wenn ich nachhabe, gegen den Spiel ich setzte noch jetzt. Und das nächste Tor. Und das nächste Tor. Und das nächste Tor. Und das Tor. Und das Tor. Und das nächste Tor. Und das Tor. Und der Ball rollt direkt ins Tor. Und das 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 Tor. Jan. Und das Tor. 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 Und das Tor.